So meine wunderhübschen evils was geht ab euch und eine weitere runde battlefield Domination heißt der modus und oh ja das ist ja unsere neue waffe hier war man Kommt jetzt gar nicht mehr ins head up rein machen wir gleich Ja metze 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 ich wette jetzt auch hier dass hier gleich da einer sitzen wird Ja gibt es ja gleich noch mal es hat so viel spaß gemacht Und oh ja Not bad das machen extrem viele sniper dass sie die um immer noch schaffen um in den tod zu reißen Hier ja kommen da ich möchte ein bisschen an arbeiten dran drehen genau Da habe ich sicherlich noch nichts nein habe ich noch nichts okay Kommen vor double kill Ich weiß auch nicht was ich hier mache ja aber hilfe ich will ja Ja da haben wir kurz den double kill gemacht Nicht schlecht er hat ziemlich gut gemacht finde ich okay er hat mich gesehen scheiße Hätte ich aber bekommen können das war gar nicht eigentlich nicht was ist das denn da unten für ein Klaren tag Weil es eigentlich keine allzu große gefahr denn wir waren einfach zu low Hier ich müsste mal die große tasche haben ich könnte da so viele punkte machen vom ding her Ich habe einen gekillt aber er läuft weiter wie viele waren denn da dann Auch geil was er der fein hat Oh danke gleich gerätzt aber was war das ein bug Keine ahnung der war komisch gerade Achtung also die Charlie wurde Robert Ganz geil eigentlich hier oben Also da sitzt einer Oh ja Hä richtig geil hier oben Checkt keiner Ich hoffe noch irgendjemand deckt und drücken auf Nein da war ich am reloaden und er kam mit seiner rpk 74 Und ja löchert mich Ich muss ich muss die medien Oh das ist nice hier oben Boah übertreibt Okay jeder der hier drauf geht wird gerätzt Nein Nein Jeder der hier drauf geht wird gerätzt Und ja der stirbt auch Ich wollte ihn retten aber da hat er einen ganzen Granaten hochgespampt Ich hoffe ja wir sind aber auch oben auf dem Dach Sollten wir auf jeden Fall auch zusehen dass wir das halten So Was dafür dass ihr scheiße seid Geht's euch gut? Ja Okay jetzt nichts warte mal ganz kurz Wir müssen uns hier erst ein bisschen an die Map Ja immer gewöhnen und ein bisschen hier Passend hinstellen wir haben auf jeden Fall Alles oben drauf brauchen Den haben wir ganz gut erwischt Kommen da gerade neue hoch oder was? Oh Kopfschuss Ah Haben wir die noch down bekommen? Nein Zu lange gezeigt Reds mich bitte einer hier oben Bitte Hilfe Mich hat's erwischt Mich hat's erwischt 95 Genau um meine Ecke hier Es geht richtig gut ab Aber ich glaube wir müssen auch mal ganz kurz hier helfen Ah ich wusste es Ich wusste es Ich wollte gerade noch sagen Hilfe hoffentlich falle ich da jetzt nicht gleich durch Wie ich es wusste Kannst du jetzt mal denn ruhig sein Mann Da sind sie zu zweit zu dritt Ich wollte mich eh suiziden Damit ich wieder Chance habe aufs Dach zu gelangen Nein Wo läuft er hin? Okay Entdeckung hoffentlich Nur Ist das Dach jetzt verloren oder was? Lol Ist bei ihm denn falsch Ah dieser Airburst Dieser Airburst Werde ich halt einfach alle meine Granaten entschmeißen müssen Oder wir müssen einfach noch gezielt auf den Kopf schießen Haben es aber nicht weiter geschafft Oh ja die Straßenschlachten Das ist auch hier ein wahres Feeling Freunde Wer hinter bist du? Zeig mir deinen Kopf Und verstecke ihn nie wieder Guck mal was so eine Camper Ecke alter Was ist er gestorben? Ich habe noch nicht mal ansatzweise Punkte dafür bekommen Irgendwann ist auch mal Schluss dann So ich rushen? Ja ich rush weiter Boah was scheiße da oben sitzen sie alle Aber geile Ecke auf jeden Fall Müssen wir wieder hingelangen 12-8 Wir haben die meisten Kills aus unserem Team Aber von Punkten her sind wir ein bisschen abgerutscht Hätte ich auf jeden Fall noch mal Laune Dahin wieder zu kommen Und sonst gehen wir noch mal ganz kurz zur A Weiß ich mal Schade finden dass die Runden hier so kurz sind Weil das macht übelst Laune Oh Das hat wer getan Das können die mir glauben Das hat noch ordentlich Schmerz ausgesehen Oh wir sind gleich wieder auf unserer Position Aua von hinten Scheiß Wichser Dreckspisser Warte Warnung Hier ist keine Warnung Der ist tot Alles tot Wird uns abgezogen Alle wo kann ich noch spawnen Beitreten Würde mir auch gerne wieder ein bisschen retten Headshot Aua Da war der 1 zu dich 1 zu mich aber ne Ich dachte gerade der steckt bei der Erste Hilfen ein Das ist tot Ein Snapper Oh Schön die Granate durchs Loch durchgeworfen Von wo? Aua, ich werde beschossen. Schwerer Beschoss. Droppt 5 auf einmal. Aber, na gut. Kann man nichts machen. Runde ist vorbei. Vierter Platz ist in Ordnung. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Macht's gut. Und schaltet in der nächsten Folge Battlefield auf jeden Fall wieder ein. Denn sonst verpasst ihr was. Ciao.